So Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag und wir gucken uns heute an Painter Servant. Wir werden alles bunt machen. Bob Ross wäre stolz auf uns. Painter Servant ist ein mega, mega cooles Deck, das schon seit ganz, ganz langer Zeit und zwar seit 2008 ein Deck ist. Und seitdem wird es mal mehr, mal weniger als ein Kombo-Deck gespielt. Seitdem Ursassaga existiert, ist das Deck wieder kompetitiv, voll mit dabei und ist seitdem wirklich immer wieder playable. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber es ist immer mindestens Tier 2 gewesen und nie aus den Favorites rausgefallen. Deswegen gucken wir uns das jetzt mal an und wir starten wie immer auf diesem Tunnel, ich weiß, manche Leute nervt es, aber es ist halt so, mit den Ländern. Beginnend haben wir eine Menge verschiedene Fetch-Länder und zwar hier zweimal blau-schwarz, zweimal blau-rot. Kann man tappen, opfern, das Deck nach einem Mountain durchsuchen. Das Wichtige ist nur nach einem Mountain. Ich war auch im Überblick, ob ich von jedem Eins nehme, also ein rot-grünes hier noch reinmache und ein rot-weißes, damit der Gegner halt nicht weiß, was wir spielen. Ich finde, blau-rot und schwarz-rot gibt den verschiedensten Vibe, dass man dem Gegner nicht denken kann, dass wir unser Deck spielen. Deswegen habe ich diese beiden genommen. Denn wir haben nur rotes Mana drin, wir haben nur Mountains drin. Und dazu zählt der Elegant Perlor. Elegant Perlor ist ein Land, was getappt ins Spiel kommt, ist ein Mountain und gleichzeitig auch eine Ebene. Und wenn es das Spielwerk kommt, so wählen wir eins. Wir gucken uns die Überkarte und Stacks an und können sie in den Friedhof legen. Sehr, sehr guter Ding. Dazu haben wir noch zwei Plateaus, weil ich spiele einen Mini-Mini-Mini-Weiß-Splash hier drin. Und diesen Mini-Mini-Mini-Weiß-Splash muss ich irgendwie supporten. Wenn ihr Mono spielt, sind das alles Mountains. Also die beiden sind Mountains, das spielt man trotzdem. Meistens dann aber das rot-schwarze tatsächlich. Dann drei Mountains. Ich habe von vor zwei Wochen nicht gelernt. Und dementsprechend habe ich hier wunderschöne, nicht-sichtbare Mountains für euch. Dann zweimal Great Funerace. Ein Artefaktland, das man tappt, gerade für rot. Artefakt, kommen wir zu. Dieses Deck basiert ganz, ganz viel auf Artefakten. Dann haben wir vier Engine Tooms. Tappen für zwei Mana, wir bekommen zwei Schaden. Das ist super wichtig in dem Deck, weil... Ich kann das ja schon mal spoilern. Ich spiele eine andere Version, wie die, die aktuell beliebt ist, sag ich mal. Beliebt ist aktuell die Agathas Solo Corden. Und ich spiele eine Khan-Liste. Das ist oldschool und es ist aktuell so gut, weil keiner damit rechnet und keiner was dagegen tut. Und diese Khans sind aktuell die meiste Win-Option in diesem Deck. Und dementsprechend, um die schnell spielen zu können, Engine Toomp sehr, sehr wichtig. Aber deswegen spiele ich auch zwei City of Traders. Tappen für zwei Farblose. Oder eben, wenn ein weiteres Land reinkommt, wird es geopfert. Und, ich habe es schon gesagt, vier Urza-Saga. Urza-Saga, das Land, was Painter aus der Versenkung geholt hat, hat drei Statuse. Im ersten Status kriegt er ein Farbloses. Also da bekommt man das Tappen für Farbloses. Im zweiten Status kann man ab dann für zwei Mana-Tappen ein 0-0-Konstrukt machen. Und dann plus eins, eins geben für jedes der Artefakte. Oder man kann das Ding halt im dritten Status dann einfach opfern, beziehungsweise muss es opfern, um ein Artefakt draus zu tun, was genau 0 oder genau 1 kostet. Davon haben wir eine ganze Menge im Deck, aber da kommen wir gleich zu. Zuallererst, ich habe es schon angesiedelt, der Khan. Khan the Great Creator ist eine großartige Karte. Vier Mana, fünf Marken, Aktivite-Fähigkeiten von Artefakten, die der Gegner kontrolliert, können nicht aktiviert werden. Wichtig, nur der Gegner kontrolliert. Plus eins, ein Nicht-Kreaturen-Artefakt unserer Wahl, wird zu einem Kreatur mit Stärke und Widerstandskraft gleich der Mana kosten. Minus zwei, wir können uns ein Artefakt aus dem Sideboard, beziehungsweise aus dem Exile holen. Und das ist so, so, so stark. Da kommen wir gleich zu, was das Wishboard eigentlich ist und was das Gute ist. Aber ich kann euch sagen, das gefällt mir besser wie der Soul Cold. Und zwar wirklich um Welten besser. Spielt Khan. Khan ist eine gute Karte. Kommen wir zu den Kreaturen. Bei den Kreaturen haben wir folgende Auswahl. Wir spielen vier Goblin Welder. Goblin Welder, ein Ein-Manner-1-1-Goblin. Wir können ihn tappen und wir können zwei Artefakte tauschen. Und zwar ein Artefakt vom Feld und ein Artefakt aus dem Friedhof. Auch im Mirror sehr gut, weil man damit auch beim Gegner was rausnehmen kann. Und einfach generell eine super, super starke Karte, um andauernd hin und her zu switchen. Value ohne Ende kommen wir gleich zu. Der ist wirklich, wirklich gut. Und zwar so gut, dass wir den noch viermal spielen. Nur ein bisschen anders. Der Goblin Engineer ist ein 2-Manner-1-2er, der, wenn er in den Spielfeld kommt, ein Artefakt aus dem Deck in den Friedhof wirft. Und wir können den für ein Rotes tappen, ein Artefakt opfern, um ein Artefakt aus dem Friedhof in Mana kostet nur drei oder weniger in den Spielfeld zu bringen. Also er hat Tutor-Effekt, das macht ihn besser wie den Goblin Welder. Goblin Welder kostet weniger Mana und Goblin Welder kannst du immer aktivieren. Und Goblin Welder kannst du auch für Artefakte nutzen, die drei oder mehr sind. Wichtig, man kann auch eine mit drei oder mehr sich raussuchen. Was wollen wir damit suchen? Wir haben eine Auswahl an coolen Effekten, die jetzt nicht unbedingt unsere Finisher, Painter, Servant, Grindstone-Kombo ist. Sondern wir haben lustige Karten wie zum Beispiel den Chaos Defiler. Eine Warhammer-Karte. Großartig. Fünf Mana, fünf vier Trampel. Und wenn er ins Spielfeld verlässt oder vorne auf dem Feld auf dem Friedhof gelegt wird, dann wählen wir für jeden Gegner ein Permanentes und zerstören einen davon mit Random. Da wir nur einen Gegner haben und das ja eigentlich eine Commander-Karte ist, nutzen wir das aus und haben hier einen Destroy Target Non-Land Permanent. Und mit Goblin Welder kann man den halt rein- und rausflickern, was halt dafür sorgt, dass wir an anderen bis zu zwei Permanente zerstören können, was großartig ist. Dazu, Fırxian Dragon Engine. Drei Mana, zwei, zwei Double Strike, wenn er aus dem Friedhof ins Spielfeld kommt, dann dürfen wir unsere Hand abwerfen. Wenn wir das tun, ziehen wir drei Karten und der hat Unnerve. Wir wollen den damit nicht unnerven. Wir wollen den auch hier, hiermit und auch damit andauernd schön rein- und rauswitchen. Breyer's Apprentice. Ähnliches Prinzip. Drei Mana, zwei, drei. Wenn sie ins Spielfeld kommen, kriegen wir einen 1-1 Farblosen Topter. Wir können sie tappen. Wir können einen Artefakt opfern. Also müssen einen Artefakt opfern. Und Exilien, die oberste Karte des Decks, die können wir bis zum nächsten Zug spielen. Und wir können auch auswählen, wenn wir das nicht wollen, dass wir plus zwei Angriffsstärke auf eine Krette unserer Wahl geben. Hier in dem Deck ist er einfach nur für Value drin. Und Value macht die ohne Ende. Vor allem, wenn man sie hin- und herswitchen kann. Mega. Sehr, sehr, sehr cool. So, Karten, die wir nicht raussuchen können, als One-Off drin haben, ist ein One-Off Fury. Das ist halt ein 5-Mana-3-3-Double-Striker, den wir seltenes hardcasten. Wenn er ins Spielfeld kommt, können wir vier Schaden auf Planeswalker und oder Kreaturen machen. Das ist einer der wenigen Wege für uns, zum Beispiel Kahn loszuwerden, den der Gegner hat. Und wir können eine rote Karte aus der Hand exilien, statt die Mana-Kosten bezahlen, damit die Kreatur bedrägt, wenn er ins Spiel kommt, geopfert. Hat aber ihren ETB. Dann einen Magus of the Moon. Magus of the Moon ist natürlich mit Ursassaga ein No-Go, weil die Ursassaga instant direkt vom Feld auf den Friedhof gelegt wird. Wenn ein Blood Moon-Effekt dabei ist. Allerdings ist Magus of the Moon in manchen anderen Match-Ups, wie zum Beispiel das, was ich euch vor zwei Wochen gezeigt habe, mit dem UG Debs, so, so stark, dass man ihn einfach mal spielen kann. Und manchmal zieht man das One-Off, was man braucht, zum richtigen Zeitpunkt. Und mir wird immer gesagt, Skill ist, wenn Luck zur Gewohnheit wird. Und das könnt ihr mit Painter ganz, ganz stark ausreizen. Dann Painter, die namensgebende Karte. Ich habe sie jetzt lang genug aufbewahrt. Painter-Servant, 2-Mana-1-3. Wenn sie ins Spielfeld kommt, suchen wir uns eine Farbe aus. Meistens Blau. Ich kann aber auch Schwarz sagen, wenn man Angst vor Snuff-Ort hat. Meistens sagt man aber Blau. Es gibt noch andere Decks, die dann irgendwie Grün ansagen, weil sie irgendwelche lustigen Sachen haben. Wir sagen Blau an. Alle Karten in Feld, Friedhof, Permanent, auf dem Stack und so weiter und so fort haben diese Farbe zusätzlich zu der Farbe, die sie haben. Das heißt, alle Karten sind Blau. Warum machen wir das? Wir wollen Rhinestone spielen. Davon haben wir zwei Stück drin. Ein farbloses Mana, damit mit Ursas Saga suchbar. Wichtig. Das war einer der Gründe, warum das Deck wieder aus der Versäckung geholt wurde. Drei Mana tappen. Ein Spieler unserer Wahl nimmt zwei Karten in unserem Deck und legt sie in den Friedhof. Wenn sie dieselbe Farbe haben, wiederholen wir den Vorgang. Schritt 1 Painter. Schritt 1 Grindstone. A, B, Combo. Win. Dann gibt es noch eine Menge Artefakte. Auch hier haben wir ein paar One-Offs drin, wie zum Beispiel die Endstaking Bridge. Auch die kann man sich rein tutoren und sich damit protecten, weil sie ist ein 3 Mana Artefakt, die halt sagt, Kreatur mit Stärke höher der Anzahl an Handkarten, die wir haben, können ich angreifen. Ist wirklich eine gute Karte. Dementsprechend kann ich die wirklich nur empfehlen. Dann haben wir zwei Lotus-Petal. 0 Mana Artefakt. Tappen, Opfern, um eine Mana-Bliebe-Farbe zu bekommen. Für den Ramp. Und weil es Artefakte sind. Ähnliches Prinzip auch den One-Off Moxopal. Auch der kann Mana für Mana tappen, wenn wir drei oder mehr der Fakte haben. Das passiert leider nicht immer, wenn ich es gerne hätte. Dementsprechend muss man manchmal auf die Petals zurückgreifen. Deswegen auch nur ein Box. Und auch eine neue Adaption aus Thunder Junction. Die Lavaspur Boots. Lavaspur Boots. Ein Mana Ausrüstung. Die Ausrüstung der Kreatur liegt bis 1 bis 0. Haste und Ward 1. Und kann man für 1 equipen. Super, super mächtige Karte. Alleine, weil sie halt einfach hingeht und eine gibt. Und Ward 1 auf die Konstrukte. Das ist so stark. Und ja, kann ich empfehlen. Gute, gute Karte. Dann haben wir ein Red Elemental Blast im Mainboard. Denn wir sagen ja mit Pay the Servant an, dass alle Karten blau sind. Das heißt, wir können mit Red Elemental Blast jeglichen Zauber-Countern und jegliches Permanente zerstören. Und das machen wir nicht nur mit dem Red Elemental Blast. Das machen wir auch noch mit den vier Pyro Blasts. Warum nicht ein 2-3-Split? Wegen der Endstilling Bridge. Endstilling Bridge ist ja, wir wollen wenige Handkarten haben, damit der Gegner nicht angreifen kann. Wenn wir dann unsere Hand voll haben mit Red Elemental Blast, die wir nicht casten können, haben wir ein Problem. Pyro Blast können wir eben auch spielen. Permanente muss nicht blau sein, damit wir es aufs Drauf spielen können. Dann, man weiß, Splash kommt hier zum Tragen. Endlich, ja, Swords to Plowshares. Exil wie eine Kreatur, der Herrscher kriegt so viele Lebenspunkte, wie die Kreaturangriffstärke hat. Ich habe festgestellt, dass das Monorote Painter zu Agro ganz schnell faltet. Und auch das Soul Cauldron Deck gar nicht so strong gegen Agro ist. Und dementsprechend habe ich mich eben für die Kahn-Swords to Plowshares-Variante entschieden, weil das gegen Agro, das bei uns sehr viel rumläuft, wesentlich besser ist. Und dann haben wir noch vier Fable of the Mirror Breaker. Eine Verzauberung, die sagt, wir kriegen einen 2-2-Shamanen-Token, der teurer ist wie ein Tamo-Golf. Und wenn dieser Schamanen-Token angreift, Goblin-Shamane, dann kriegen wir ein Treasure. Das ist ein Null-Mann-Artefakt, was wir tappen können, abfahren können, um eine Manöbliche Farbe zu bekommen. Sehr, sehr gut für uns, weil wir brauchen Artefakte. Wir können zwei Karten abwerfen, um zwei Karten zu ziehen. Bis zu zwei Karten, um bis zu zwei Karten zu ziehen. Das ist der zweite Status. Den bekommen wir in der zweiten Runde. Und in der dritten Runde exilieren wir die Saga und transformieren sie. Das heißt, wir drehen sie einmal um und haben dann eine Reflection of the Kiki-Jiki 2-2. Und wir können für einen meiner Tappen eine Kreatur kopieren. Sie bekommt Eile, wenn am Ende des Zuges geopfert. Auch die sehr, sehr stark, gerade mit den ganzen One-Off-Kreaturen, die wir drin haben. Oder halt, wenn wir die Grindstone-Kombo aktivieren, der Gegner möchte Painter Servant zum Beispiel zerstören. Wir tappen die Fable, machen einen neuen Painter und gewinnen halt trotzdem. Sehr, sehr mächtig. Sehr, sehr spannendes Deck. Zum Deck-Talk komme ich gleich, das wird richtig cool. Und wir gehen jetzt erstmal zum Sideboard. Im Sideboard haben wir wegen dem Kahn, wo wir uns ja Atefakt aus dem Sideboard suchen können, eine Menge One-Off-Sachen. Zum Beispiel eine Soul-Guide-Lantern. Also wenn wir ins Spielfeld kommen, exilen wir eine Karte aus dem Friedhof. Wir können die tappen, um einen kompletten Friedhof zu exilen, von jedem Gegner. Und wir können die Tappen und Karte ziehen, wenn wir die Opfern für Ein-Manner. Sehr mächtig. Die tun wir meistens im Mainboard. Das, was wir im Sideboard lassen, ist die zweite Karte dafür. Torment Script. Tappen, Opfern, exilen alle Karten aus einem Friedhof, unserem Spiel unserer Wahl. Sehr, sehr mächtig. Gegen Rave-Jart-Decks dementsprechend hier drin. Dann ein Ather-Sworn-Kanonist. Ein Zwei-Manner, zwei Zweier. Der sagt, Non-Artefakt-Spells, mehr als einer, äh, äh, gibt's nicht. Das bedeutet, jeder Spieler darf nur einen Nicht-Artefakt-Spell pro Runde spielen. Tavis ist sehr mächtig, gerade gegen Kombo. Und wir haben ja weniger Artefakte. Dann ein Liquid-Metal-Coding. Liquid-Metal-Coding ist die Karte, die viele Karn-Spieler gerade im Modern auch noch benutzen. Soweit ich weiß. Und sie sagt halt, man kann sie tappen, um ein permanentes zum Artefakt werden zu lassen. Was wir damit tun, ist, wir, äh, wir lassen ein gegnerisches Land zum Artefakt werden, nehmen dann unseren Karn und sagen, plus eins, ein permanentes Bitt zu einer Kreatur mit Stärke-Metal-Vergleich der Manner kosten. Spoiler, Länder haben keine Manner-Kosten. Das heißt, wir können damit jede Runde ein Land zerstören. Was ist schon mächtig. Was wir aber auch machen können, ist instant und direkt einfach eine Mykosymphlettes holen. Alle Permanenten sind Artefakte und farblos. Kein Manner beliebiger Farbe ausgeben. Karn sagt, Gegner darf keine Artefakte aktivieren. Das heißt, er darf kein Länder aktivieren. Stillstand beim Gegner, wohin für uns. Das ist zumindest der Plan. Das kann man nicht einfach so rausforcen. Manchmal hat der Gegner ein besseres Board, dann ist es einfach schwierig. Dann noch eine Ensnaring-Bridge. Die zweite, also eine Mainboard, eine Sideboard. Und eben ein Helm of Obedience. Helm of Obedience ist ein Vier-Manner-Artefakt, das auf der Reserve-List ist. Für X-Manner-Tappen wirft ein Gegner eine Karte von seinem Deck auf seinen Friedhof. Das macht er so lange, bis er X-Karten von seinem Deck auf den Friedhof gelegt hat oder eine Kreatur weggelegt hat. Das heißt, wenn wir X gleich 5 machen, legt er zum Beispiel 5 Instants und Länder weg. Dann macht er 5 Karten weg. Legt er aber als dritte Karte in Land eine Kreatur weg. Dann hört es da auf. Der Helm wird geopfert und wir bekommen die Kreatur. Das ist ganz spannend. Spoiler, wichtig ist, dass da draufsteht, er millt so lange, bis er X-Karten in seinen Friedhof gelegt hat. Denn was wir auch spielen hier drin sind vier Layline of the Void. Layline of the Void, eine Verzauberung, die wir direkt ins Spielfeld bringen können, wenn wir sie auf der Startland haben. Und Karten, die von irgendwoher auf den Friedhof gelegt werden, werden stattdessen geexiled. Heißt, wir haben die beiden Karten draußen. Der Helm of Obedience fragt den Gegner, hast du eine Karte in den Friedhof gelegt? Und der Helm sagt, lass mich gucken. Nee, hab ich nicht. Die Karte, die ich in den Friedhof gelegt hab, wurde exiled. Dann sagt der Helm, ja, dann mach das nochmal. Dann legst du wieder eine Karte auf den Gegner Deck in seinen Friedhof und statt in den Friedhof zu legen, wird sie exiled. Dann fragt der Helm wieder, hast du eine Karte auf den Friedhof gelegt? Sagt der Helm, nee, hab ich immer noch nicht. Dann mach nochmal. Also, weh, dann bildet einfach sein komplettes Deck. Dann zwei Gavanic Blasts. Ein rotes Mana, wir schießen vier Schaden. Das ist halt einfach der Fakt, wir schießen vier Schaden, nicht zwei, sondern vier. Ist manchmal wichtig, vier Schaden zu haben, deswegen mag ich die lieber als den Lightning Bolt. Und, weil ich mich nicht entscheiden kann, was ich Mainboard spielen will und was nicht. Manchmal ist eben die Fury besser, manchmal der Magus of the Moon. Dann kann ich die Fury im Mainboard gegen den Magus of the Moon austauschen oder den Magus of the Moon gegen die Fury. Sideboard Strats, Sideboard Strategies. Ach, großartig. Gehen wir mal zum Deck-Talk. Painter Servant. Die wichtigsten Karten von Painter Servant. Painter Servant, Grindstone. Eine Kombo, die es seit Ewigkeiten in Legacy gibt, die ich immer ganz lange haben wollte. Grindstone und Painter Servant waren damals bockteuer. Grindstone kostet nichts mehr. Painter Servant kostet jetzt ein bisschen was noch. Aber der Grindstone kostet seit Outlaws of Thunder Junction nichts mehr. Und, ähm, das ist das Judge-Deck aus letztem Jahr gewesen. Letztes Jahr gab's Grindstone Painter Servant für die Judges als Promo. Und dementsprechend hab ich damals auf ganz vielen Konferenzen immer gesagt, das ist euer Deck, kauft euch das Deck. Und, äh, einige der Judges sind meinem Rat auch gefolgt. Dementsprechend sehr cool. Und ja, Goblin Welder macht so viel Spaß. Also, die beiden Karten sind halt wichtig und cool. Das macht das Deck. Und diese beiden Karten sind für mich der Shit. Goblin Welder macht so viel Spaß, Dinge zu tauschen, hin und her zu switchen. Auch beim Gegner, die das damit gar nicht rechnen. Und es ist so eine starke Karte. Und es macht so viel Spaß, damit zu spielen. Und dann Kahn. Wenn ihr wollt, kann ich irgendwann mal das Solcordon-Deck auch machen. Kahn spiel ich sowieso viel lieber. Und es macht aktuell bei uns an der Meta auch so viel mehr Sinn, den Kahn zu spielen. Leute haben diese Karte einfach vergessen. Und solange diese Karte vergessen ist, sind es gute Karten. Dementsprechend schaut mal. Vielleicht ist das Deck was für euch. Vielleicht habt ihr Karten davon rumliegen. Probiert's aus. Das ist ein lustiges A-B-Kombo-Deck, das nicht unbedingt oppressive alles kaputt macht. Sondern man kann wirklich gut darauf interagieren. Es ist kein super unfaires Deck. Es ist auch ein super schönes Midrange-Deck. Und es ist einfach ein ganz, ganz cooles Deck. Dementsprechend guckt mal da rein. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das auch bei Patreon machen. Oder dem Video einen Daumen nach oben da lassen. Oder abonnieren oder sonst was. Hier sind alle meine Patrons. Ihr seid großartige Menschen. Aktuell fangen wieder ganz viele Leute an, mich bei Patreon wieder zu unterstützen. Auch bei YouTube-Membership wird es ein paar dabei bekommen. Mega, mega, mega cool. Vielen, vielen Dank an euch. Vielen, vielen, vielen Dank. Und wenn ihr mich vielleicht auch unterstützen wollt, ab 3 Euro im Monat könnt ihr mich unterstützen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn ihr das nicht könnt, seid nicht traurig. Daumen nach oben, abonnieren usw. hilft auch. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020